Thema Best Bad Friends sind, da geht es ja um diese Person im Leben, die man anruft, wenn man so richtig in der Scheiße steckt sozusagen. Und in meinem Kontaktverzeichnis gibt es so jemand, ich weiß, wenn es mir wirklich dreckig geht oder ich brauche irgendwie Hilfe oder ich stecke irgendwo fest, Autopanne oder keine Kohle oder keine Ahnung. Das passiert mit Künstlern, so nebenbei gesagt. Dann gibt es diese Nummer, die ich anrufe und ich kenne auch andere Leute, die ihn auch angerufen haben, weil sie selber wirklich in Probleme waren. Und ich weiß sogar von zwei Personen, dessen Leben wegen ihm gerettet wurde. Und diese Person ist mein Bruder Joey und der ist heute Abend hier mit seiner Fernsehen. Wir haben auch einen ähnlichen Musikgeschmack, wenn es um Bruce Springsteen geht. Deswegen widme ich jetzt eine Nummer von Bruce Springsteen für dich und eine wunderbare Familie. Hier ist I'm on fire for you, Joe. Philippe All alone I got a bad desire Oh, I'm on the fire Tell me now, baby, is he good to you? Could he do to you the things that I do? Oh, I could take you high Oh, I'm on the fire Ooh 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 Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dumb For the six-inch valley through the middle of my skull At night, I wake up with the sheets soaking wet and the freight train running through the middle of my head And you You call my desire Oh, I'm on the fire Oh, I'm on the fire Oh, I'm on the fire I pickARS Oh, I kiss Oh, I kiss I kiss Oh, I kiss Oh, I kiss Oh, 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 oh Oh, oh, oh